hallo leute willkommen zu einer neuen folge kdm kim heute geht es um die schwerter habe ich mir bis zum schluss aufgehoben schwerter haben glaube ich die meisten waffen im spiel und sind auch sehr unterschiedlich teilweise deswegen steigen wir direkt ein schauen uns das erste schwert an beziehungsweise nein erst mal die schwert spezialisierung und zwar wenn wir mit einem schwert angreifen ziehen wir ganz normal die hit locations aber nachdem die gezogen wurden dürfen wir ersten wound attempt machen und das result also das ergebnis einer beliebigen karte zu ordnen dürfen wir nur einmal pro attacke machen ist aber ziemlich gut schwerter haben so eine charakteristik dass die eigentlich relativ gut und auch relativ stark treffen und da ist das schon wirklich ganz nett wenn man sich aussuchen kann wo der treffer hingeht ja da müsst ihr noch beachten first strike müsst ihr glaube ich trotzdem verteilen und wenn ihr ne trap zieht können natürlich auch keine mehr verteilen was passiert wenn wir schwerter mastern etwas ganz tolles und zwar schwert meister kriegen einfach stats dazu manchmal sind die fähigkeiten ja ein bisschen kompliziert und schwerte haben aber den vorteil dass wenn ihr da gut drin seid ihr einfach noch ein accuracy ein stärker und ein speed bekommt und accuracy und speed harmonieren einfach super gut mit der ersten seite weil wenn ihr gut trefft und viele karten zur auswahl habt dann könnt ihr den ersten hit sicherer verteilen also ist das eigentlich eine sehr sehr geile mastery und gedankentechnisch können wir uns also auf jedes schwert später nochmal die stats mit drauf rechnen also ein stärker ein speed und ein accuracy halt das worauf es ankommt so dann möchte ich noch über eine rüstung sprechen und die ist ein bisschen besonders die kommt diesmal nicht aus dem haupt set aber dies über ein weißes set zu bekommen also ist eigentlich fast dauerhaft im shop erhältlich und das ist der vagabond armor der vagabond armor macht halt dass wenn ihr die teile ausgetauscht habt also ihr seht unten die cloth leggings um die harte brustplatte und den tabbert dass ihr dann den vagabond armor euch als set karte nehmen könnt ihr dürft keine kopfrüstung tragen das heißt ihr seid dort besonders verwundbar und ihr dürft auch kein barbarisches settlement haben was der aber macht ist zum 1 plus 1 auf alle hit locations das heißt ihr müsst gucken dass ihr die rüstung individuell aufschreibt das ist jetzt keine rüstung wo fix überall viermal den gleichen rüstungswert hat beziehungsweise fünfmal aber der kopf ist ja hier frei und ja ihr bekommt ganze zeit die sport mastery und schwert spezialisierung solange ihr diese rüstung tragt ihr kriegt nicht die innovation steht da extra nochmal drauf aber das ist ja auch nicht schlimm so könnt ihr ohne zu leveln ein schwert meister mit geben das heißt wir können uns wirklich die waffen mit den bonus stats einmal angucken und als reminder könnte ich die karte hier auch nochmal quasi mit ins bild schieben dass wir die immer mit dabei haben weil die rüstung können wir ziemlich früh im spiel bekommen so nun steigen wir aber ein das schwert was eigentlich jeder kennt weil es aus dem grundspiel ist ist das bone blade 262 hier sieht man schon zwei würfel ist okay aber sechs ist ein ganz guter trefferwert am anfang viele waffen haben sieben oder ähnliches und das bone blade hat hier eine 6 zwei schaden das ist auch okay das kostet nur ein knochen das heißt ihr habt ihr am anfang eine relativ gute waffe leider ist die frail das heißt die geht kaputt wenn ihr zum beispiel auf die super dance location des badgers oder der antilope haut aber werdet das schwert sowieso nur am anfang haben und der erfüllt es seinen zweck voll und ganz viel kann ich dazu eigentlich nicht mehr sagen es eignet sich noch für die ja bone eater kampagne wo man sehr viel mit knochen zu tun hat weil es selber auch aus knochen ist und halt mit den bone earrings da kann man das noch mal ein bisschen pimpen an anfangen harmoniert dann auch noch mit der kette also man könnte hier raus quasi am anfang mit der kette und den o-ring eine 466 waffe machen was schon sehr starkes dafür braucht ihr aber auf jeden fall hitze denn anders kriegt ihr sonst die kette nicht so das nächste interessante schwert was wir haben kommt ein bisschen später über den weapon crafter und das ist das schrottschwert oder das scrap sword hier haben wir noch mal ein accuracy mehr und das merkt man einfach deutlich also wenn ihr in den blind spot geht mit dem schwert und auf einer 4 plus trefft werdet ihr sehen dass 60 prozent trefferschance sich sehr sehr gut anfühlen und ihr sehr zuverlässig treffen werdet gerade auf einem survivor der ein bisschen extra accuracy hat oder halt mit der sport mastery wurde dann sogar eine 70 prozent trefferschance habt aus dem blind spot ist das einfach mega gut perfected die klinge wird scharf und ihr kriegt vier extra stärke heißt diesen ein extra stärke den wir so haben im vergleich zum bone blade der wird durch diese perfect hit chance deutlich aufgewertet hier harmoniert es auch wieder wenn wir bonuswürfel werfen weil dann haben wir öfters ein perfect hit und das ist auch mehrmals steigerbar heißt bei zwei oder drei würfeln können wir wenn wir besonders lucky sind 8 bis 12 stärke dazu bekommen für die ganze attacke zusätzlich kritten wir noch besser und das scrap sword geht auch nicht mehr kaputt auf super dense locations das einzige was schade ist an dem schwert ist dass es nur eine blaue affinität nach oben hat hier wäre es noch cool gewesen hätte es ein bisschen andere affinitäten zusätzlich gab damit man das noch besser oder leichter verpuzzeln kann aber alles in allem ein super solides schwert und mit timeless eye triggert ihr auch den perfect hit entsprechend oft dann kommen wir wieder zu einem schwert was man fast gar nicht sieht also zumindest da habe ich nicht viel drüber gelesen dass das die leute benutzen und ich selber habe damit auch nie viel rum probiert und zwar ist es das holoswort das kriegt ihr beim phoenix beziehungsweise in der plammery und das holoswort hat 353 ist also um einen schneller als das scraps word hat aber sonst die gleichen werte das heißt was ähnliches gilt dafür natürlich auch aber nun sehen wir auch dass das frail hat und on a perfect hit machen wir noch eine tag wohl eigentlich ist es ja ganz cool wenn wir mehr hit locations haben um uns dann die location auszusuchen und das zuzuweisen aber in dem fall könnten wir sechs würfel werfen und für jeden perfect hit würden wir noch mal ein hit dazu bekommen eine tag wohl und mit der mastery kriegen wir auch noch den sieben würfel heißt wir werfen unglaublich viele würfel das heißt first strike locations sind unser feind mit den hollow swords dann sind auch noch super dense locations blöd weil dann gehen unsere schwerter direkt kaputt und natürlich das risiko dass wir in eine falle rennen je mehr karten wir gleichzeitig aufdecken heißt wir haben dann fünf karten aufgedeckt letztes die falle dann haben wir netto vier karten verschwendet das ist dann natürlich ärgerlich das wollen wir eigentlich nicht deswegen holoswort sehr wenig gespielt hat auch nicht mal affinitäten man kann da so ein meme bald draus bauen der kann dann auch entsprechend stark werden ich verweise mal wieder an die shadow armor wo man zusätzlich im blind spot sharp bekommt damit könnte man natürlich richtig geil wenn man glück hat sechs sieben wunden auf einmal hintereinander wegschnetzeln aber so ist es einfach nicht so sexy wie die anderen alternativen dann bleiben wir noch beim grundspiel und sehen uns das laternenschwert an das laternenschwert hat auch eine schöne roter affinität nach rechts was wir zum beispiel bei der heizkette gut gebrauchen können oder auch um die schuhe der laternenrüstung zu aktivieren die braucht nämlich zwei roter affinitäten links und rechts damit wir wieder movement bekommen und auch hier ein 353 wert also dieser wert zieht sich so ein bisschen gerade durch die schwerter durch das heißt alles was ich davor gesagt habe gilt auch wieder für das lanternswort aber hier haben wir natürlich sharp heißt wir verwunden sehr sehr gut also sharp ist immer die eintrittskarte ins endgame haben haben wieder das pech early iron zu haben das heißt vier würfel wollen wir eigentlich gar nicht werfen weil wir haben ja eine zehn prozent chance eine eins zu werfen und je mehr würfel wir gleichzeitig werfen umso eher erreichen wir halt dass wir uns die komplette attacke damit versauen deswegen ist dieses keyword in zusammen mit der mastery nicht so cool wenn wir das schwert allerdings oxidieren fällt das gehasste keyword weg das heißt early iron haben wir dann negiert wir können ganz normal treffen wir haben unser sharp und was auch noch cool ist können uns die fleck token geben für eine aktion und die fleck ist mega stark denn die fleck ist wie blocken nur dass wir das die ganze zeit bunkern können heißt wir dürfen einen die fleck token mit uns rumschleppen für eine aktion und bis wir getroffen werden behalten wir den auch und wenn wir getroffen werden ignorieren wir einen hit und verlieren die fleck token also das oxidierte laternenschwert richtig cool denkt dran ihr müsst das natürlich immer extra aktivieren das die fleck lohnt sich aber wenn ihr nicht in reichweite seid und nichts besseres zu tun habt euch schon mal diesen token zu ziehen so dann bleiben wir noch im grundspiel denn ich habe ja gesagt es gibt sehr viele schwerter und es gibt zwei besondere die ihr nicht extra quarfen könnt sondern die ihr findet oder anders freischaltet das ist einmal das adventure schwert schwert und das adventure schwert hat drei sechs null drei würfel sind okay können vier werden durch die mastery sechs treffer wert ist jetzt wieder ein bisschen höher als die anderen schwerter also trifft nicht so gut und null stärke und die null stärke hängen damit zusammen dass es ein einzigartiger gegenstand ist der irreplaceable ist das heißt den können wir nicht einfach wieder entfernen und die stärke der waffe ist das coach also der mut den wir gesammelt haben das kann natürlich sehr stark sein ist aber jetzt zum beispiel im vergleich zu so einem normalen lanternswort nicht so gut weil wir haben ein cap wir können ja nicht unbegrenzt hoch bei coach und wir werden auch meistens nicht den maximalwert haben sondern vielleicht bei drei vier oder fünf rum dümpeln plus den würfel und beim laternenschwert haben wir halt schon diese drei stärke on top und zusätzlich zwei würfel also wenn ihr dieses schwert früh findet und jemanden habt mit viel coach dann ist es ganz gut ansonsten ist es eher ein nettes ja story item als eine richtige waffe die ihr benutzen wollt anders sieht es aus mit dem steelswort das steelswort kriegt ihr auch über ein jagd event zum beispiel und das hat nur einen würfel ist auch noch slow das heißt die mastery bringt euch hier gar nichts wenn ihr extra würfel bekommt es wird immer bei einem würfel bleiben außer ihr bekommt frenzy dazu aber es ist scharf es trifft auf eine vier plus heißt drei plus im blind spot heißt zwei plus mit der mastery also 90 prozent treffer chance mit dem einen würfel das ist sehr geil wenn ihr zum beispiel die wisdom potion habt und immer nur eine karte sieht um gezielt mit dem steelswort eine karte anzugreifen fünf ist schon relativ hoher stärke wert sharp on top ist auch richtig gut und auf einem perfect hit also zehn prozent chance dass ihr noch einen d10 für die attacke bekommt ist eins der stärksten schwerter im spiel zusammen mit frenzy könnt ihr dann natürlich einiges rausholen dann habt ihr ruckzuck drei würfel zur verfügung dann ist das eine richtig richtig starke endgame waffe und wenn ihr das findet solltet ihr über den einen würfel hinweg sehen und er vielleicht die vorteile nutzen ist auf jeden fall eine waffe die ich sehr gerne gespielt habe dann kommen wir langsam zu den expansions der vollständigkeit habe nenne ich hier das inkswort denn das könnt ihr auch in jeder kampagne erstellen hat 4 4 4 reichweite 3 und deadly 3 aber man darf nur angreifen wenn man in der darkness ist heißt das ist eigentlich ein ein sun stalker killer weil nur in seinem fight gibt es halt dieses schatten tableau und da seid ihr dann besonders effektiv sonst ist das schwert leider nicht wirklich nutzbar dann kommen wir zum drachen da haben wir das blastsword ist auch ein bisschen ungewöhnlich 2 6 4 und hat block mit mit drauf das heißt ihr könnt das schwert ein bisschen wie ein schild verwenden hat aber interessante affinitäten mit rot und grün und hat eine stärke von 4 ist also auch eher so fürs mittlere game gedacht wenn wir eine aktion ausgeben um mit der waffe zu blocken kriegen wir auch ein survival das heißt ja mit kleinen survival generator das ist dann schon ganz nett gerade in der nebenhand wenn wir zum beispiel das schwert über die blatt paint nutzen können wir uns ein eine richtige hauptwaffe zulegen mit der angreifen und das schwert benutzen wir immer für block und für survival for free so würde ich es im besten fall nutzen dann haben wir noch den river den gibt es in der speediculus expansion hat 362 hat auch gute rote affinitäten und wenn wir das monster verwunden kriegen wir einrüstung auf eine random hit location das ist jetzt so ein bisschen zwiegespalten einrüstung ist halt nicht die welt aber er kann je nach situation doch mal sehr sehr viel bedeuten also es gibt situationen wo man vielleicht wegen einem schaden auf der tabelle würfeln muss und gerade am anfang wird man das eher merken wenn die monster ein oder zwei schaden pro würfel machen als später wenn sie drei vier fünf schaden pro würfel machen also der river nimmt leider mit zunehmendem spiel ab aber die fähigkeit ist sehr cool und die kann man im mittleren spiel auch relativ oft triggern und das ist dann natürlich auch eine waffe wo möglichst viel stärker haben wollen möglichst viel accuracy und möglichst viel würfel denn wir wollen damit viel verwunden so und zum guten schluss komme zum wahrscheinlich allerbesten schwert im ganzen spiel nahezu broken und auch ja die kombination die viele kampagnen tragen kann wenn ihr noch mal in den vagaband armor denkt das schwarze schwert das ist gar nicht so leicht herzustellen ihr müsst dafür gorms jagen und habt die crafting kosten geraden im kopf aber ihr müsst auf jeden fall den schädel rausziehen und noch was anderes fertig stellen und dann könnt ihr das black schwarze schwert machen das ist mit drei fünf zehn sehr sehr gut also komischerweise ist hier kein slow drauf das heißt wir können vier würfel wieder haben und haben zehn stärke einfach mal so straight das ist noch besser als sharp das ist richtig richtig gut hier in fixen wert zu haben treffer wert mit fünf plus habe ich schon jetzt paar mal erwähnt ist halt super gut zum treffen und auf einem perfekte kriegen wir auch noch ein survival also die perfekte waffe um zu spielen was man möchte aber mit dem vagabond set wird das einfach unfair denn wenn wir noch mal gucken vagabond set gibt uns schwert meister und beim black sword ist es so wenn wir ein schwert meister sind verstehen wir das wahre potenzial dieser klinge und kriegen noch mal plus zwanzig stärke also statt plus zehn haben wir plus zwanzig und dann noch der würfel das heißt wir können so ohne charakterstärke locker auf 31 kommen weil wir kriegen auch noch eine stärke durch die mastery ja das ist einfach viel zu viel da gibt es auch kein monster was sich dagegen gut verteidigen kann außer vielleicht der flower night der sehr sehr viel parried aber sonst bringt den nachteil mit dass es heavy ist das ist noch ja ein kleiner tropfen auf den heißen stein denn sonst ist dieses schwert zusammen mit dieser armor einfach viel zu krass weil wir können das glaube ich schon alles in land in jahr wenn wir so durchschnittlich spielen zehn oder elf bekommen und ab da kann dieser schwert meister wenn er nicht unglücklich am kopf getroffen wird weil er da keine rüstung trägt kann er eigentlich level drei monster so verkloppen gehen ist auf jeden fall auch die kombo weswegen ich mir diese white box geholt habe um das mal zu testen weil es auch teilweise sehr viel spaß macht einfach lächerlich overpowered zu sein für einen richtigen man würde ich aber dann eher wieder andere sachen spielen aber das ist auf jeden fall das stärkste was ihr mit einem schwert anstellen könnt ich hoffe das hat euch alles soweit gefallen lasst mir immer like daumen was auch immer auf dem kanal da schaut gerne auf mein tütt schreien abonniert dort auch samstags gibt es immer deutsches kdm let's play und bis dahin wünsche ich euch eine gute zeit alles gute euer kdm kim kdm kim kdm kdm